Ah, der Shigasi! Yay, nach einer längeren Pause! Ja, wir machen Flakenoberung und... Flakenoberung und ich schiebe meine Placey weg. Und in der letzten Runde haben wir richtig schön abgeräumt. Ja, 3-0 Sieg. Easy. Ja. Wegener kam nicht mal zu unserer Flagge. Also ich glaube, Moira kam einmal durch. Ja, ganz kurz, ganz kurz. Ja, dann warst du halt auch wieder weg, ne? Ja, hat Hallo gesagt. Nicht mitbekommen? Das hat echt Hallo gesagt. Hui! Rüstung! Seh ich 1000 Updates, juhu! Ja. So entspannt man richtig. Bis Woche Dienstag geht das Event los! Ja! Das Event! Und mach mal da schon wieder was aus. Zum Aufnahmen und so. Ja ThompsonGamerata. Ja, geht along. Das fühlt sich gut an! Einzige Energie für den Grundschelden um! Oh, Fuck. ich hab mich verpflichtet ich muss mit Brigitte echt noch Scheiße wir haben bestellen, wir haben bestellen und noch andere Turben Scheiße Scheiße ihr muss schon sie ja, fuck, ich bin down oh hi Tracer okay pvp tue 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 ja nap zu viel zu viel zu viel zu viel Der Bastion ist auch vorne Wie alle hinterherlaufen Lasst den Bastion in Ruh Scheiße Ich auch gleich Welche Schokolade liebts hier eigentlich? Könntest du mal gerne in die Kommentare schreiben Schokolade! 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 Ich bin wieder da! Ich hab meine Ulti gerastet! Herrlich! Hauptsache wir konnten bisschen zonen Notfalls Duschen wir! Haust du ab! Das ist echt nicht wahr! Schokolade! 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 Bitch! One-Shot-Kombi! Das ist das geile Brigitte hat eine One-Shot-Kombi gegen Tracer Schokolade! Ja! 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 die müssten wir mal machen nächste runde kann man ja mal testen so beide stimmen nach vorne klappe jetzt bei mir nicht warum ist das so schnell Gute, setze ich meine Ulti ein Ja, er ist vor uns auf dem Punkt Ha, ha, ich mein bestes Schnappen nur so Nö, oder Torbjörn Nö, oder Torbjörn Jetzt auf mich hier zu ärgern Hier Cool, ich hab Wüste getötet Keine Ahnung wie, aber Wuh Aber er scheint da am Punkt abzugehen Ja, ja Gegner geschützt Direkt voraus Schock auf Oh, ich hab meinen eigenen Vater getötet, wie geil Ah, das war das Nice Ah, da waren die Tiere ein bisschen Diva Keine Ahnung Oh Gott Gegnerische Tiefe geht ganz schön auf die Nerven Ach ja Ihre Flagge ist wieder in der Basis Mir ist langweilig So Jetzt kannst du herkommen Was? Siehst du? Der Soldat kommt schon Oh yeah Baby Oh yeah Baby Wuuuuh Das nennt ich doch mal einen gelungenen Sieg Jaa, aber trennen wir mal besser Jutty Brian Was hat die denn gemacht für die Schöne, Alter? Ich hatte einen schönen Doppelkehl, was soll das? Naja Naja Äh Genau Gut Dann war's das eigentlich auch schon wieder für diese Folge Ich hoffe das hat euch gefallen Nun wird so kammer über dieGLUDE Das wird so gerne Also dann Tschüssi Adeuh Boss Jojo